Vom Treuhänder zum Obdachlosen. 99% ignoriert die einfach, schaut durch die Dore. Nach einer Weltreise landet Martin von einem Tag auf den anderen auf der Strasse. Einfach massivst unterschätzt, wie schwierig der Wiedereinstieg ist. Ausgrenzt und abgestempfelt kämpft sich der ehemalige Geschäftsmann seinen Platz zurück in die Gesellschaft. Es geht mir besser, wenn ich es locker nehme, als wenn ich die Trübsal blasen und auf die depressive Schiene schiebe. Zuhause auf der Strasse vom 16. bis 19. Dezember anstelle von Zürich Info.